Bis zum nächsten Mal. Und damit wünsche ich euch frohe Ostern. Habe ich gestern irgendwie gar nicht gesagt. Gestern haben wir ja so ein bisschen Ostern gefeiert. Heute haben wir einen ganz entspannten Tag, haben nichts vor. Und wir schauen einfach mal, ja, was der Tag so bringt. Das sieht schön aus. Danke, mein Schatz. Das ist sehr lieb für ihr. Süßigkeiten willst du echt? Ja! Ja! Schatz, 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 schatz. Ich bin so aufgeregt auf alles, was jetzt kommt. Es steht so viel an. Wir sind jetzt gerade alles am Planen, wann es nach Spanien geht. Wir brauchen so viel. Wir müssen uns um so viel kümmern. Wir haben immer noch keine Möbel. Wir brauchen einen Pooltechniker und so viel mehr. Ja, und ich freue mich einfach so sehr auf all das, was jetzt kommt. Und keine Ahnung, die Zeit, die letzten zwei oder sogar noch länger, zwei Jahre des Baus, waren so aufregend und so neu für uns. Es war irgendwie so eine besondere Zeit. Und ja, jetzt ist das Haus einfach fertig. Ich freue mich so. Und wir haben euch bei diesem Hausbau so viel mitgenommen. Und deswegen, ja, wollte ich euch das einfach kurz erzählen. Und natürlich werden wir euch auch weiterhin bei allem mitnehmen. Da will man nur einmal sich kurz einen Kaffee machen. Ich komme jetzt. Machen wir nur schnell einen Kaffee. Den Apfel jetzt da oben rein. Das Ding hier drauf. Anmachen. Ein. Das Ding hier drauf. Das Ding hier drauf. Das Ding hier drauf. Vielen Dank.